Hallo? Nice. Hallo? Hallo? Ist der Döner an? Wieder Döner? Wieder Döner? Ja, sehr schön. Ich wollte mit Ihnen sprechen. Und zwar habe ich mir so vorgenommen, ich habe halt so einen Traum und ich würde gerne Ihren Laden kaufen. Das heißt, ich gebe Ihnen so 100 Euro oder 200, dann sind Sie raus da bis morgen. Geht das? Bitte? Ja, so 100 Euro oder meinetwegen 200, weil ich wollte da so was eröffnen, meinen eigenen Laden. Können wir das machen oder wie? Ich habe dich jetzt nicht verstanden, bitte. Rätst mal bitte. Nude Player. Ja, äh, ich gebe Ihnen 100 Euro und dafür darf ich in eurem Laden mein eigenes Bordell aufmachen. Ja dann, junger Mann, wir sind hier in einem kleinen Dönerladen, nicht so groß. Wie groß ist der denn? Wir sind hier in Hattingen, junger Mann. Ja, ich weiß, weil es gibt halt Marktlücke, ne? Und deshalb... Nein. Nein? Das ist ja nicht so groß. Und 150? Nein, kannst du ruhig mal vorbeikommen. Ich kann schon sagen, warum ist es ja nicht so groß? Das ist ja nur 15, 20 Quadratmeter, das reicht noch nicht mal 20. Ja egal, ich habe kleine Prostituierte aus Japan, die sind ganz klein. Was hast du für einen Dinger? Kleine Prostituierte aus Japan. Und, äh, was ist mit 200 Euro? Ja komm mal ruhig mal vorbei da unten, sonst mal. Also können, wollen Sie jetzt noch nichts zu sagen? Nein. Also können wir da, wie verbleiben wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ja, kommst du bitte vorbei, dann gucken wir mal. Ja. Und dann gebe ich Ihnen 200 Euro und dann kann ich da aufmachen? Ja. Sie können, wir können auch, äh, so ein Duo werden, also, äh, Sie bleiben dann drin und machen dann für uns Döner, weil ich habe gehört, Ihre Döner sind lecker, ne? Ja. Das ist dann so ein Duo, so eine Nacht. Ja, okay. Alles klar, ne? Ja. Okay, auch rein, ne? Tschüss. Ja.